Jo Leute was geht? Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal und ja heute zeige ich noch mal eine Runde AW. AW war glaube ich das erste COD was ich richtig gesuchtet habe. Na was heißt gesuchtet? Ich war Prestige 3 glaube. 379 Blutrunstig, 30 nanos, 4 skrupellos, 1 unnachgebig. Die 1 unnachgebig habe ich in dieser Serie 7C7D ihr spielt und ich habe einfach hier noch nicht mal ich habe einen Zornabschuss, null Wahnsinnsabschüsse das ist unglaublich alter ich glaube ich habe jetzt so um die 400 Wahnsinnsabschüsse oder so oder 300 ist unglaublich aber ich spiele hier mal noch eine Runde mit der Ball und dann sehen wir uns in der Runde wieder bis gleich 2000 years later perfekt so und zwar ist eigentlich auch die Runde fast schon wieder vorbei ich weiß gar nicht mehr wie das spiel funktioniert oh gott alter es fühlt sich so schnell an ach gott man stimmt man konnte ja auch nicht doppelt tappen oder wie das hieß ich habe ihn einfach nicht gesehen und er hat rumgelegt komm her ich check dieses spiel nicht mehr alter wie schnell das spiel einfach ist das ist unglaublich ach nee es gibt ja die rm1 oder glaubt so hieß sie so ich weiß nicht auf mit was man auf der map gespielt hat ich glaube entweder mit rm1 oder bohr gut zwar noch die besten waffen in den spiel geht da raus und verdient euch euren sold oh gott äh oh gott alter mir ist jetzt aufgefallen man kann nicht so ein krasses movement betätigen wie in bio 3 herr aber lol oh gott alter hör auf zu dropshoten Habe ich Nase im Einzelnen hier. Alter wie die PDW aussah. Lass mich durch. Och Gott den push ich nicht. Alter. Was? Ach komm wollen die mich flaxen oder so. Meine aim. Das aim ist hier komplett anders ne. Bo3. Ach Gott alter. Das fühlt sich irgendwie komplett falsch an. Ich check dieses Spiel nicht mehr. Das Spiel ist mir zu schnell. Eindeutig. Da kämpft bestimmt wieder einer. Ja ich wusste es. Und spielt so rum. Oder unlock all. Ich hab in AB auch mal einen unlock all. Aber wurde direkt gedrankt. Ach man. Ach man. Komm. Ach. Ach. Oh ne. Ich brauch die Bohren. Alter. Das Spiel ist so hektisch ey. Nein. Nein. Alter. Oh Gott alter. Komm. Jawoll. Was. Ich fass es nicht. Oh. Nein. Was. Ey. Ohne witz die campen da zu zweit rum. Was soll das. Mann Mann da hole ich jetzt alle raus ey. Komm alter. Ich bin so schlecht für dieses Spiel ohne Witz. Verbündet. Also früher hat mir HAW echt viel mehr Spaß gemacht. Guck mal. Guck dir den Assi an alter. Und den auch noch. Guck es dir an was willst du denn da machen alter. So ein Drecks camper. Der zeigt wahrscheinlich auf empfindlichkeit zwei oder so. Oder eins. Hä. Soll ich hier weg. Ne. Wow. Was hat er mich gestackt. Tatsächlich. Lol. Okay. Oh man alter. So. Dann war es das auch erstmal mit diesem Video. Wenn es euch. Ach. Jetzt weiß ich wo an es lag. Ich hatte keine vier bar. Dieser Drecks horse. Na. Okay. Dann war es das erstmal mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat. Lass ein like. Da würde mich richtig freuen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. bis zum nächsten Mal. bis zum nächsten Mal. Du bist bei mir. Deine Alexandria. Next Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.